Hallihallo Hallöchen Freunde und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge 7 days to die Und was machst du da? Warum? Hör auf mich um zu lassen. Ah, ich bring dich aufm, du Schwein! Du Sau. So, ich werde dich heute auf Erkundungstour machen. Ja. Beziehungsweise Loot-Tour. Loot-Tour? Loot-Tour! Loot-Tour! Genau. Äh, was? So. Ach, warte mal. Moment mal, ich habe doch gerade vorher irgendwas gecraftet. Okay. Also ich mache gerade Wasser. Soweit frisch für dich. Du machst Wasser? Ja, ich leere gerade noch ein bisschen ein Inventar. Okay, ich gehe mal kurz nach unten in den Außenbereich und guck mal wie da die Lage ist. Huch! Also das mit dem Graben ist echt undurchsichtig, muss ich sagen. Graben? Ja, das ist, ich bin da jetzt... Ich habe mich dadurch fast selber umgebracht, das letzte Mal. Deswegen habe ich mich dadurch umgebracht, oder? Obwohl niemand eins nimmt. Okay. So, gut. Nein, da tue ich das hier nicht rein. Unser Außenbereich ist noch ein bisschen beschädigt. Haben wir ein bisschen was? Ja, das kannst du jetzt machen. Ja, ich... Dann gehe ich dabei Lage checken. Ich nehme mir... Also man muss da glaube ich dazu sagen, bevor der Marki hier weiter rumstammelt. Was? Stammel überhaupt nicht. Du stammelst volle Kanne. Ähm, wir haben uns jetzt mal kurz vorher überlegt, wie wir diese Folge denn jetzt eigentlich vorhaben. Und, ähm, da sind wir dazu übergegangen, dass wir jetzt sagen, okay, der Marki, der alte Fuchs, ja, spricht seit Wochen, ähm, von dem, 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 dem Winterbiom. Und, ähm, deswegen habe ich dann gesagt, Marki, weißt du was, geh doch einfach ins Winterbiom. Ich kümmere mich in der Zwischenzeit um den Hausausbau und, äh, was halt sonst noch so im Haus anfällt. Versuche vielleicht in der Zwischenzeit irgendwie noch was halbwegs nützliches auf die Beine zu stellen. Und auch unter anderem natürlich ein paar Goldenrods zu besorgen. Denn ich möchte natürlich bessere Getränke auch irgendwann hinbekommen. Ja, und der Marki besorgt, wenn möglich, natürlich Waffenteile und Blueprints und vor allen Dingen vielleicht einen Ticken Sand, was auch echt richtig cool wäre. Oh, apropos, gib mir noch deine Schaufel mit. Äh, hast du gar keine mehr? Ähm, ich habe nämlich, doch, ich meine, ich habe noch eine, hm? Okay. Ich habe dir nämlich mal eine gegeben und mir selber eine gecraftet. Das weiß ich noch. Okay, gut. Na ja. Na ja, Freunde, der Fuchs, der versucht mich immer abzuziehen. Die, äh... Jetzt hört mich mal an der, der Affe, der Fuchs. So, ich muss da lang. Ja, aber keine Sorge, ich werde jetzt nicht die ganze Zeit Holz hacken. Ich werde auch mal so ein bisschen um uns rum versuchen, zu gucken, was hier so geht. Deswegen, ich kann eigentlich mal gucken, ich habe 25 Stämme, das sind 400 Planken, das sollte reichen. Ich wollte nämlich hier mal schauen, ob wir irgendwo in den... Uh, meine Karte, ah, da. Ähm... Mein Gott, ein Schwein. Was? Tötet es. Ein Schwein? Ein Schwein. Kein Mensch will Schweine töten. Natürlich. Essen und so. Iiii, Essen. Wer braucht schon Essen? Essen wird überbewertet. So, ich gehe nämlich mal in die Richtung. Ich werde... Also, ich will explizit dazu nochmal sagen, ich habe nicht vor, hier groß die Loot-Session zu machen. Da müsst ihr euch bei Marki mal reinklicken. Bei mir ist es jetzt... Ich brauche was zu trinken. Ja, genau. Hast du nichts mitgenommen? Wir hatten nichts mehr. Warte, ich gehe nochmal zurück. Da war im, äh... Öfelein... Echt? Im Öfelein war ein... Okay, bevor ich jetzt... Äh... Und ich bräuchte eigentlich auch noch was... Warte, dann... Ähm... Brate ich mir gleich nochmal ein paar Raw Pork. Weil sonst... Äh... Sterbe ich, glaube ich... Pork? Wir haben aber, glaube ich, nichts mehr, oder? Wir haben gar nichts mehr. Also, ich habe gerade deine Schweine getötet. Ach, du hast ein Schwein gerade erwischt. Ah, okay. Weil dann werde ich jetzt gleich mal das braten, weil sonst sterbe ich auf dem... Hinweg schon. Oh, apropos. Gut, dass du das sagst. Alter, aber ich sag's dir wirklich. Weil... Ich fühle mich auch gerade schlecht. Framedrops. Nochmal. Und das liegt wirklich an unserer Base. Ja, vielleicht liegt das einfach dadurch, dass dort extrem viel Lichtberechnungen notwendig sind. Und dass das Spiel damit nicht zurechtkommt. Weil ich hatte jetzt gerade wirklich konstant, äh... 60 FPS und dann gehe ich so in die Base rein. Ja, 20. Okay. Das ist nichts. Das ist definitiv nichts. Und ich habe massiven Hunger und auch Durst. Das heißt, ich komme jetzt auch mal kurz steil rein. Aber wir haben doch nichts mehr zu trinken. Warte mal. Ich mache jetzt hier erstmal das Restchen. Das Trinken... Lasst es mich mal bitte machen. Weil ich habe nämlich jetzt gerade ein paar Goldenrods noch besorgt. Okay, warte. Ich schmeiß mal kurz... Hast du da nen Stick bei uns? Ja, ich verschwöre gerade Sticks, weil ich keine Kohle mehr hatte. Ach, nein. Gönn dir Geld. Ey, glaubst du, wir können da Woodstairs rein tun? Warte mal, du hast den Cooking Pot rausgenommen. Ja, klar. Ich wollte auch den Grill da... Oh. Wir brauchen unbedingt... Warte mal. Ähm... Wir könnten uns aber auch mal einen zweiten... Bin ich gerade dabei. Einfach kein... Okay, passt. Gut, dann schaue ich mich hier gerade mal noch was zu trinken um. Ne, wir haben echt gar nicht... Hä, wo sind denn die ganzen Chars hin? Wir sind echt keine Chars mehr. Ne, die sind da drin. Äh, warte mal. Okay. Oh, was zu essen. Sehr gut. Ähm... Hast du den Cooking Pot irgendwo hingelegt? Ah, ja. Äh, ich... Ich habe sogar noch einen... Oh, man kann also wirklich diese wooden Stairs verbrennen. Ja. Das ist sehr günstig, weil die brauchen wir alle gar nicht. Okay, ich besorge nämlich in der Zwischenzeit mal ein bisschen Wasser. Oh, das ist auch sehr gut. Weil das hat irgendwie nicht verarbeitet. Oder hast du das jetzt getrunken? Ne. Es ist irgendwie verschwunden. Anscheinend. Okay, wahrscheinlich... Oder vielleicht habe ich einfach nur auf... Äh, vergessen auf Cookies zu drücken. Also im linken von beiden läuft auf jeden Fall jetzt die erste, ähm... Die erste... Der erste Durchlauf. Weißt du was auch... Äh, weil... Das war jetzt gerade irgendwie komisch, weil das war auch vor der Aufnahme. Weil da war ich kurz auf dem Server und da bin ich nochmal, äh, reconnected. Ja. Oh, ich brauche was zu trinken. Und hab währenddessen, ähm, sechs solch ne, ähm, Woodlocks verarbeitet. Und die sind jetzt auch weg. Komisch. Also irgendwie hat das da anscheinend, ähm... Ein Glas ist hier noch. Sehe ich gerade. Ich esse gerade nochmal was. Hast du schon Waffe am Start? Bitte? Hast du schon Waffe am Start? Ah, das ist noch. Noch nicht. Nein, nicht. Lass es laufen. Nein! Tu es wieder rein. Mhm. Mhm. Oh, ich kann es nicht mehr reintun. Okay. Dann sauf ich es jetzt einfach, weil dann kann ich jetzt gleich schon mal loslaufen, weil dann komme ich wenigstens in der Folge noch zu was. Das Essen lasse ich dir mal rein. Der Marki. Ja. So ist er. Will sich nicht helfen lassen, der Typ. Ja. Ich will nur mal jetzt hier losziehen, weil sonst komme ich ja nicht mehr auf den Grund. Okay, dann los mit dir. Ja. Trink aus dem Fluss. Ich verschwinde, ja. Los, schneller. Willst du ja nichts mehr von mir wissen? Geh jetzt raus. Tür zu. Ich lasse jetzt unten die Tür auf. So schaut es aus. Komm doch klar. Wow. Ich bin im Wasser gelandet. El Trotelos. Nee, aber das ist echt krass. Hier draußen läuft das Spiel um einiges flüssig. Ja, ja. Also ich werde jetzt auch ein bisschen rausgehen an die Luft. Ja. Hat auch ein bisschen Sinn. Wir könnten vielleicht ein paar weniger Fackeln positionieren, obwohl... Ne, das sollte es aber eigentlich nicht mal ausmachen, oder? Ja, stimmt eigentlich. Besorg mir bitte Blueprints. Blueprints! Ja, wenn... Welche Winter nehme ich auf jeden Fall welche mit, also... Ach so, jetzt ist echt das Essen da drinnen gelassen? Wolltest du da nicht was mitnehmen? Ich hab ja zwei gegessen. Ach so, du hast schon was gegessen. Ach du... Ja, ich hab schon was gegessen. Der Fuchs, na. Da war er zugeschlagen. Also den Rest wollte ich... So egoistisch bin ich dann auch wieder nicht, wie man das auf den ersten Blick meint. Freunde, er lässt mich einfach... Er lässt mich am Leben, ja? Ja, schau. Ich bin... Ich bin überzeugt, der Maki, ja? Der alte... Der alte Fuchs, ja? Der lässt mich nur am Leben, weil er Hunger hat, wenn er heimkommt, ja? Und dann will er was auf dem Tisch haben. Los! Aber nichtsdestotrotz haben wir eigentlich... Wir haben tatsächlich auch mehr als genug Essen. Das weiß es unser Maki bloß leider nicht. Was? Warte mal kurz... Ist dir vielleicht aufgefallen, dass wir... Ich muss mal kurz unser ganzes Zeug retten. Ist dir vielleicht aufgefallen in der Zwischenzeit, dass wir enorm viele Maispflanzen haben, die da draußen fröhlich vor sich hin wachsen? Ja, ich habe es vorher gesehen. Kann man sich da draus denn was machen? Ja, ich werde jetzt aber auf jeden Fall... Apropos machen... Ich werde mal da hinten rausgehen und mal eine flotte Nummer machen. Müsstest du... Verdammt, wo kommt das Zombie her? Wow! Verdammt! Das hat sich jetzt auf jeden Fall sehr kriminalös angehört. Wow! Ja, auf einmal... Ja, ich habe mich auf das eine konzentriert und auf einmal kommt von hinten eins und kloppt mich. Das hört sich doch so an, als wäre demnächst hier mal wieder Action angesagt. Vor allem... Er ist überhaupt kein Zombie in Sicht. Und auf einmal zwei gleichzeitig. Ja gut, das sind die Zombies, ne? Also da kannst du nichts machen. Da liegst du da und schaust blöd aus der Wäsche. Ja, da liegst du nieder. Da liegst du nieder! One scene is this! Wenn du wieder da bist, gibt es auf jeden Fall frisches Wasser. Und an der Stelle... Was war da aufgeploppt? Was war da aufgeploppt? Huh! Schon wieder! Da ist schon wieder eins! Wo kommt das her? Hallo? Ich weiß nicht! Hier! Hast du irgendwie nen Lack oder sowas? Nee! Huch! Also sollte ich nicht haben. Oder die haben einfach Bock in meinem Rücken zu spawnen. Ich hab keine Ahnung. Ich lauf jetzt einfach weiter. Es liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich in einem neuen Gebiet gelandet bin. Ja, das kann natürlich sein, dass da die Zombies einfach enorm stark mehr spawnen oder irgendwie solche Kisten. Ich besorge aber in der Zwischenzeit, wo der Maki sich hier mit den Zombies vergnügt, ja. Dann besorge ich mal ein paar Metal-Fragments von oben. Aber genießen ist gut. Hm. Sehr gut. Wir haben hier voll die Party am Start. Die sind meine Zombies. Oh ja. Deine neuen Freunde? Deine Hobies? Ja, ich hab keine Lust auf Zwerge. Ich hab keine Zwerge. Ich hab keine Zwerge. Die Zombies sind der neue. Was? Ja? Zwerge sind out. Nein, Zwerge sind nicht out. Zwerge können gar nicht out sein. Äh, unser... Ne, Moment. Achso. Egal. Keine Ahnung. Ich labere nicht. Lass mich reden. Okay. Okay. Ich versuche ihn gar nicht erst aufzuhalten, Freunde. Magies sind... Irgendwas stimmt hier nicht. Ich hör einen, aber ich seh ihn nicht. Die miese Mistmade. Warte. Irgendwo ist er. Warte, warte. Ich lauf mal weg. Ja, das empfiehlt sich gerade bei mir auch. Zwei. Hallo mein Guter. Kommt nie her. Oha. Dizzy mit Dizzy. Wo rennst du hin? Kommt mal hier. Ich geh jetzt in den Nahkampf. Kommt mal her ihr. Ich hab keine Angst vor euch. Ich bin König. Ich mag ihn. Du bist... Ah. Fuck, 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 fuck. So, und gleich noch einen. Du hast mich da raus. Kommt bestimmt wieder den Bestimpfungsfilter, der da wieder bei YouTube angeht. Oha. Oha. Bandagen. Ups. Simple Bandages. Also ich will ja nichts sagen, aber dieser... Dieser... Was ist das hier eigentlich? Barbed Club. Der haut schon ordentlich rein. Oh, da ist noch ein Krabbler. Ein Krabbler? Ja. Ja. Mit dem kann man... Mit diesem Barbed Club kann man alle one-hitten. Also diese normalen. Das ist echt nice. Ich frage mich los. So, und ich hoffe jetzt, dass ich mal im Winterbiom lande, endlich. Oha. Ein Täscher. Eigentlich müsst ihr es schon sehen. Wow. Was ist das denn? Das weiß ich nicht. Ich weiß... Ich weiß auch nicht. Ich hab einen leeren Rucksack gefunden. Was ist denn das? Warum... Warum kann ich das nicht anziehen? Weil du nicht brav warst. Na gut. Das ist ein Argument. Lass ich eingehen. Das hilft. Okay. Cool. So. Äh. Du wolltest noch Sand. Okay. Das nehme ich auch schon zurück. Also wenn du Sand findest, wäre es halt extrem cool. Weil Sand, Glas und so... Der Sand ist ja immer in diesem Wasteland-Ion, oder? Ich hab tatsächlich in der letzten Folge mal ein bisschen rumprobiert. Ähm. Wir können, glaube ich, relativ coole Sachen mit, ähm... Mit, ähm... Eiern und, ähm... Ich glaube, Schwein war's. Da bräuchten wir nämlich gar kein Glas und können richtig... Bacon and Eggs. Bacon and Eggs, genau. Da können wir nämlich richtig gutes Essen herstellen. Auch... Schlechtes Essen? Ja, das... Also das, was wir uns bisher reinzünden, ist ja eigentlich nur gegrilltes Fleisch. Das ist schlecht. Und... So. Aber... Ich hoffe, ich trete jetzt keinem Veganer zu nahe. Bestimmt. Glaub ich auch was. Kann man einem Veganer nicht zu nahe treten? Das ist jetzt die Frage. Streitthema. Des heutigen Tages. Streitthema. Okay. Ne. Oh. Blueberries. Ne. Blueberries. Blueberries ist ja okay im Interview. Hahaha. Ach so, bist du schon? Ja. Ich hab's geschafft. Ich bin der Beste. Killer. Bin auch König Marki. Ich höre ein Zombie. Ich höre ein Zombie. Ich mache mich gerade wieder in die Hose. Ich höre... Blueberries. 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 Yes. We can. Geil. Baue ich nämlich jetzt gleich, weil sonst gebe ich gleich mal Level ab. Level ab. Level ab. Level ab. Level. Lü. 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 Da sind wir nochmal Blueberries. Ich besorge im Übrigen gerade bei meiner Loot Aktion hier und Mining Aktion und was ich nicht sonst alles gerade treibe. Besorge ich unter anderem sehr viele Golden Rods und so Zeug. Ähm. Damit wir einfach... Ja, ich weiß. Ähm. Damit wir dann später mal ein besseres Getränke herstellen können. Getränke. Getränke. Hey, gönne Getränke. Oh, hallo Mr. Zombie Man. Was Mr. Zombie Man? Hey Mr. Zombie Man? Hey Mr. Zombie. Ich hätte mich fast getroffen. So läuft die so ein... Okay. So ein Waldarbeiter. Oh, Friesen Rumberjack. Okay, ich hab da recht. Ich könnte mich hier ne eigene Mine bauen. Ey, ich sagte, ich werde so viel... Ich werde so viel Blueberries mitnehmen. Blueberries? Ja, die lohnen sich einfach total. Ich höre die ganze Zeit ein Zombie. Ich krieg hier noch die Krise. Hast du schon mal unten in der Mine geschaut? Oh, apropos. Oh, ich hab noch ne Candy Tin Can gefunden. Wir sind schon wieder am Ende unserer Folgen gekommen, Freunde. Alter Spielverderber. Ja, es tut mir leid. Es tut mir ja leid. In Wirklichkeit muss der Marki eigentlich nur die ganzen Autos machen. Damit ich sagen kann, er ist ein Spielverderber. Das ist die Wahrheit. Ich hab eben immer den Timer im Blick. Ja, und weil ich das immer verchecke und dann folgend rauskomme mit 35, 40, 45 Minuten. Was? Das ist uns doch hoffentlich noch nicht passiert. Ne, uns nicht. Aber mir. Ach so. Mir passiert das regelmäßig. Jaja, das ist der Zwerg, wie er leibt und lebt. Leibt. Leibt. Hauptsächlich leibt. Okay. Also gut. Ich hoffe, die Sagen machen wir mal Schluss. Mit dem Quark hier. Ciao, ciao. Ciao. Macht's gut, liebe Freunde. Ciao.